Hallo, ich bin Antje. Mit Voice sind wir an der Spitze der Technologie. Ich zeige dir heute vier Vorteile unserer Telefonplattform Freedom. Vorteil 1. Wir haben etwas einzigartiges für dich entwickelt. Ruf deinen Kunden nicht mehrfach an, wird er automatisch an den Kollegen durchgestellt, mit dem er schon gesprochen hat. Das spart dir eine ganze Menge Zeit für das Durchstellen von den Kollegen und deinem Kunden wird auch sehr schnell geholfen. Er ist super zufrieden. Kommen wir nun zum zweiten Vorteil, Voice Pulse. Wer kennt das nicht? Du möchtest einen Anrufer durchstellen in einer Abteilung. Du wählst den ersten Kollegen an, besetzt. Gespräch zurückholen, zweiten Kollegen anrufen, wieder besetzt. Wie schön wäre es, wenn du die Erreichbarkeit deiner Kollegen auf einen Blick sehen könntest. Das schafft Voice Pulse. Vorteil 3. Voice lässt sich mit vielen CRM-Paketen verbinden. Das ist super praktisch, denn bei einem eingehenden Anruf siehst du direkt den Namen des Ansprechpartners und der Firma. Und du kannst mit einem Mausklick das Kundendatenblatt, den letzten Auftrag oder den letzten Kontakt öffnen. Das ist für dich sehr schön, denn du sparst Zeit bei der Suche nach den Informationen. Und dein Kunde fühlt sich gewertscht, weil du direkt alle Informationen zur Hand hast. Ach ja, Vorteil 4. Du kannst deine Erreichbarkeit ganz schnell wechseln. Du kannst erreichbar sein auf der App, auf dem Tischtelefon oder auf dem Webfon auf deinem Computer. Du kannst arbeiten, wo du willst. Mit einem Klick bist du erreichbar auf dem Endgerät, auf dem du erreichbar sein möchtest. Zusätzlich ist Voice in Echtzeit anzupassen. Nicht nur die Funktionen. Du kannst auch jederzeit neue User hinzufügen oder User löschen. Und das bei taggenauer Abrechnung. Fair, oder? Natürlich haben wir noch weitere Funktionen, die deine Geschäftstelefonie smarter machen. Schau direkt nach auf voice.de und meld dich heute noch an.